Und da sind wir wieder, bei der zweiten Folge Halo! Wir sind gelandet und wir werden jetzt hier durch die Gebüsche cruisen, ohne gesehen zu werden. Denn es sind ein paar miese Mafakka, die uns hier die Hölle alles machen wollen. Aber das finden wir gar nicht geil, deswegen... Ja, deswegen lassen wir uns halt nicht entdecken. Oh, da sind sie. Das Schiff gibt uns nichts. Also das ist Skill, ne? Aber mal voll in die Wand reinfahren. Falle haben wir kaputt. Oh, oh, der raucht schon. Das ist schon ziemlich gut. Für mich. Einer weg. Oh mein Gott. Der ballert auf mich. Aua, aua. Das ist mir weh. What the fuck? Alter. Ich frage mich hier von wo? Scheiße. Mann. Erster Kill. Äh, erster Death. Damit kommen wir doch klar. Alter, von hinten kamen die. Hab ich gar nicht... Achtung. Ich habe mehrere anfliegende Landungsschiffe der Allianz geortet. Wir sollten uns in diese Hügel dort zurückziehen. Wenn wir Glück haben, glauben die, dass wir alle beim Aufprall gestorben sind. Hab ich trotzdem nicht gemerkt. Bitch. Alarm. Landungsschiff der Allianz nähert sich. Sie suchen sicher nach Überlebenden. Ich schlage sofortiges Absetzen vor. Also sie sind schon einmal gestorben. Fängt gut an, wa? Ach ja, ach ja. Wunderbar. Wir laufen entlang der Wiese. Ach, die sind da hinten. Jetzt will ich laufen, aber was? Aua. Wir pissen uns aber so schnell wie möglich hier. Ach scheiße, da ist wieder einer. Boah, da gefällt mir alles gar nicht hier schon. Weg mit dir. Ach so. Aua. Das Kerl. So, jetzt müssen wir diesen... ...mongu hier noch treffen. Ich habe ein ganzer Skill hier wieder aufgebraucht. Aber, wir müssen noch was anders machen. Denn die Waffe, die bringt uns einfach nichts. Und ich finde, also wirklich, die MG, die ist ein Scheiß, bringt null. Die schlechteste Waffe in dem ganzen Halo-Spiel. Und wenn du mal Probleme hast, okay, dann ballerst du da drauf, aber die zieht halt einfach nichts. Und macht aber nur ein klein wenig damit. Gegen Schildläuten noch weniger. Ich habe mal einen Falscher. Okay, das ist ja geil. Ich erfasse den Signalsender einer Rettungskapsel hinter dem Hügel. Vielleicht gibt es Überlebende. Ja. Andere Überlebende halt. Wir machen aber erstmal die Kleinen weg. Denn in die Großen leben, machen die Kleinen am meisten Schaden. Mal achtet auf mir, aber die Kleinen, die sind richtig, richtig nervig. Na, komm. Geil, erstmal voll daneben. Komm, ich mach dich kalt. Der weiß, wo ich stehe, ne? So, weg mit dem. Ist der andere auch schon tot? Nice, gutes Team, ey. So will ich das. Seid in echten Schwierigkeiten. Oh, oh. Doch, wir kriegen noch Besuch. Granaten-Style. Hier ist kein Schwein. Das hat kein einzigen erwischt. Naja, toll. Gut, wir machen jetzt Bekanntschaft mit neuen Freunden. Und sonst sind die hier. Die hassen sich überall. Und zwar, weil sie ein Schild haben. Schilde, Mörder, Asozial, finde. Oha. Probier mal. Oh ja. Oh ja. Oh, Olga, komm her. Oh, Olga ist tot. Granate. Okay. Wo? Wo kommen die? Also. Zurück geht's. So, wir killen, wie gesagt, immer erst die Kleinen. Und am Ende ist da nur noch ein Großer da. Und der ist uns scheißegal. Der macht ja Murder Damage, aber... Er ist alleine. Und da ist er. Mein Großer Freund, äh... Mein Großer Freund, äh... Ah, ficken, wie heißt der nochmal? Gibt so einen Film, ne? Mein Großer Freund, ich glaube, Joe. Aber ich glaube, das ist vollkommen falsch. Na, wo sind noch ein paar... Wo ist hinter uns? Dumme Frage, aber, äh... Ernsthaft. Und da ist er... Ah, hier. Ja, gut. Hätte er nicht woanders sein können. Hätte er nicht woanders sein können. Aua. 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 Voll Damage. Dieser... Dieses dumme Geschütze, ey. Was ist das? Gut, der Dicke ist weg. Damit ist schon die... Die größte Gefahr gebannt. Ja, weißt du, wenn ich Angst habe, laufe ich auch immer erst direkt zu den Gegnern. Ha, Kontrollpunkt abgeschlossen, hört sich immer gut an. Granaten aufgeladen. Die anderen auch voll? Ne, sag mal. Oh, ich hab gar keine anderen Granaten. Okay. Ah, da ist noch einer. Was war das hier, Alter? Shit, der jetzt dachte ich, es wäre schon vorbei. Oh, die anderen voll daneben. Dann nehmen wir mal, wie gesagt, einen kleinen erstmal aus dem Verkehr. Da ist leider noch eins. Gar nicht, klar. So, weg mit dir. Du, Olga. Du sagst jetzt auch mal Charme. Aber warum zu schreien hier? Wollen welche schlafen? Ich bin scheuer, ey. Gar nicht. Das ist voll unfreundlich. Die gleich wissen, wo ich stehe, ne? Da hinten links, rechts in welchem... Oh, da hinten ist einer. Ah, das ist das Fliege-Ding. Oh, bleib mir vom Hals. Darf meine Freunde zu töten. Meine Freunde. Darf man nicht töten. Hier ist Pelikan Echo 419. Kann mich jemand hören? Wiederhole. UNSC-Truppen, bitte melden. Roger, Echo 419. Hier ist Feuer Team Charlie. Wir empfangen Sie laut und deutlich. Sind Sie das, Fohemmer? Roger, Feuer Team Charlie. Schön von Ihnen zu hören. Könnten Sie uns mitnehmen? Ich hoffe, Sie haben nicht allzu viel zu tun. Wir müssen Überlebende zur Kommando-Fähre transportieren. Bin schon unterwegs. Noch mehr Rettungskapseln. Sie sind im schnellen Anflug. Wenn diese Rettungsschiffe heil runterkommen, sitzen die Allianz im Nacken. Fohemmer, wir brauchen Ihren Warthog. Der Master Chief und ich wollen versuchen, ein paar Soldaten das Leben zu retten. Roger, Cortana. Okay, Charlie Team. Warthog bereit. Auf geht's. Macht Ihnen die Hölle heiß. Roger, Fohemmer. Suchen Sie nach Überlebenden und bringen Sie sie in Sicherheit. Verstanden. Echo 419 bleibt in Stellung. Fohemmer, Ende. Der Master Chief und ich brauchen Unterstützung. Können Sie ein paar Männer entbehren? Natürlich, Cortana. Okay, wer ist dabei? Freiwillige Vorhaber, zack, zack. Der Rest von Ihnen begibt sich zum Landungsschiff. Rock'n'Roll. Gut, wir sind voll besetzt und... Ja, dann fahren wir gleich mal los, wa? Oh Mann! Die Animationen sind mega nice. Animationen, das war's, was ich letztes Mal gesucht hab. Ach ja. Diese Höhle ist kein natürliches Gebilde. Irgendjemand hat sie gebaut. Also muss sie irgendwo hinführen. Wir haben jetzt Zugriff auf das Datennetz der Allianz. Die übertragen taktische Daten auf unverschlüsselten Kanälen. Wir sollten Ihnen zeigen, mit wem Sie es zu tun haben. Master Chief, ich werde über das Transcom-System Ihres Anzugs Ihre Gespräche abhören. Oh. Ja, da müssen wir jetzt rüber, ne? Easy. Alles easy. Einiges an Gegnern hier. Sie sind überall! Wir haben Gesellschaft! Los geht's! Noch einer weg. Schön dranbleiben! Abknallen macht mehr Spaß! Oh. Ja, ich überfahre die halt. Ich hatte den da. Ich hab sie! Ich hatte den da. Am Ziel bleiben! Ja, Baller ihn weg! Was ist das? Dann hat er ja weg hier. Sperrfeuer! So. Friss Blei! Oh, das ist natürlich Unweil. Ich glaube, damit habe ich beide meine Freunde getötet. Nee, nur einen. Dann geht's ja noch. Ja, perfekt gesteckt. Ja, Mann. Weg mit dir. Boah, nice. Weißt du, sowas versuche ich immer wieder zu schaffen. So, ist direkt so. Ich weiß ja manchmal, wo die Gegner herkommen, ne? Ähm, tut mir leid, das ist halt blunder Spoiler, aber dann geht's halt einfach schneller. Ähm, da evoide ich nervige Situationen. Ich weiß halt auch, was machen muss. Aber sowas ist direkt so. Blei hinwerfen. Auf, hier hin. Pam, weggehauen. Nice. Und damit haben wir die Brücke aktiviert, über die wir jetzt gehen können. Weil die vorher weg war. Ausgeschaltet halt. Äh, auf der anderen Seite ist übrigens nix. Äh, deswegen gehe ich da nicht hin. Komm, komm, ich steig ein. So, wir müssen jetzt hier taktisch ausparken. Und viele müssten... Hier kommt Nachschub! Nee, nicht viele. Also einige müssten, falls sie mich ein klein wenig kennen, ne? Taktik ist voll mein Ding. Kann ich sowas von gut? Guckt einfach Borderlands, da seht ihr, wie meine Taktik ist. Über das Gefechtsnetz der Allianz kommen neue Meldungen. Viel mehr Crewmitglieder als erwartet sind aus der Autumn herausgekommen. Der Käpt'n hat ihn wirklich die Hölle heiß gemacht. Wenn wir Käpt'n Keyes und die anderen Überlebenden finden, können wir einen effektiven Widerstand organisieren. Okay. Dann werden wir mal einen effektiven Widerstand organisieren. Zitat von Cortana. Ich hab gerade Ausschau gehalten. Wenn sowas passiert, wenn man Ausschau hält, dann rollt man auf die Seite. Ich war ja diese Typen. Na komm, gehen wir mal da lang. Ui, 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 ui. Da geht's lang. Immer schön rechts lang. Denn am Ende kommt man links raus. Ja, was für die Politik, ne? Wir müssen da nur ganz schnell links rauskommen. Aber die Rechten einfach... Die sollen einfach alle weg. Überlebende entdeckt. Zwischen den Felsen dort sind Marines versteckt. Oh Mann. Ha! Oh Mann! Hey! Okay! Hier! So. Hier drüben! Dann lass ich den mal hier stehen. Der erledigt hier die Arbeit. Und da, ihr seht's schon genau hier, ist eine neue Waffe für uns. Die mir natürlich sofort, äh, annehmen. Ne? Den Sniper! Das sind Freunde. So, jetzt muss ich überlegen. Oh, ein Stern. Was ist das denn? Hm, das ist... Okay. Ein Stern, der einfach so verschwindet. Seriously? Vollkommen normal. Ah, verstecken die sich? Komm. Gebt euch zu erkennen. Ich finde euch sowieso. Oh. Oh, okay. Dann... Dann spielen wir das Spiel mal so. Da war vielleicht ein wenig zu weit. Aber den einen, den einen hab ich weggefickt. Hammergeil. So. Weg. 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 Läuft bei mir. Läuft bei mir. Oh, das hat ein Schild gekostet. Das hat dem Schild echt gekostet. Oh, da ist noch mehr. Ah, dann machen wir die fertig. Ja, unser Warthog-Bruder hier. Geht hier megamäßig ab. Komm, baller sie weg. Tatatatatatatatatatatatatatatatatatat. No-Scope-Sniper, ja? Friss das! Friss das! Friss das! Nein, Jeffrey, nicht sterben. Das schaffst du. Wir glauben an dich. Ja, immer schön ausweichen. Wunderbar. Das machst du echt gut. Ja, perfekt, genau. Lenkt die Kugeln ab. Wunderbares. Wunderbar. Ja, Er zieht dem gegner hinterher obwohl er nicht treffen kann das ist sie sind überall mein team muss jetzt schon sagen ja wir schon ziemlich auf einmal pump haben weggemacht oben noch merkt noch mehr freunde ich habe noch acht mehr kommst du nicht komm jeffrey das schaffen wir sind zu zweit und sie sind mehr wo ich habe das hat nichts zu sagen wenn wir guter schoss da ist noch einer gibt mir ein zielwinkel mit dem steck das ein komm schon ist das alles was du drauf hast schon wir hören die echo 419 wir haben überlebende die sofort ausgeflogen werden müssen ich habe noch weitere rettungskapseln in ihrem gebiet entdeckt eine am rand der klippe und ein anderes in der nähe der flussmündung schwer von hier oben was zu erkennen aber ich glaube da sind noch mehr überlebende verstanden wir sind auf dem weg medikit 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 das mann unser geilen unseren geilen water hier und fahren weiter habe ich genügend granaten nein dann sammeln wir mal kurz ein hier und vier perfekt so gehen wir lang da da geht es durch da gehen wir lang wunderbar wo kann man denn hier wie gesagt wir halten uns immer schön rechts wasserfall geht glaube ich nicht wo wir überhaupt nicht versuchen ich will unsere team hier nicht zu arg strapazieren obwohl ich nicht blöd und blöd ich bin noch mehr von denen auch was zum hier drüben ha ruhig halten ja den kriegen wir noch in den bergen des komplexes halten sich marines versteckt das brennt hey hey dort ist es los geht noch mehr hier drüben komm komm fahr mal um und los uiuiui hier sind das viele den hammer perfekt äh und er hatte uns nicht perfekt erwischt ja schild ist wieder da schild da ist noch einer irgendwo gammelt da noch einer realistisch wieder aufstellen ja ich würde sagen es hat uns ein wenig gekostet aber nur wenig also nicht viel zum glück so wir haben wieder full life ich sehe keinen gegner hier hier hätte ich gerne noch mal einen sniper gehabt oh mein oh mein geh raus geh raus geh raus alter ja komm das können wir vergessen das können wir sowas von vergessen landen die direkt an meinem warthog ne ja wir müssen hier aufpassen da oben sind freunde und da sind feinde so wieder mal ads killen so weg zwei stück alter macht es mir auch nicht zu leicht ne bam soll halt wirklich heldenhaft sein den hatte ich fast gesteckt ey starfeuer nein ich komme hier nicht weiter nein 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 ich sterbe nicht sterbe nicht sterbe meine freunde nicht mich meine freunde nein 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 fuck gut diesmal war was anders äh ja gut machen wir es doch so weil wir keine zeit haben kann mal alle wegballern alter vater ey ja weil ich mir im mittelpunkt stand gut komm sofort weg hier das überleben wir sonst nicht das sieht hier schon viel besser aus so aufs geschützt und sprawen weg mit der kacke ey dadadadadadadadada ja man sieht es nicht aber die sterben Wir kriegen den von mehreren Seiten auf die Fresse. Aber wir müssen den hier fertig machen. Gut, wir haben nicht viel verloren. Und haben es doch überlebt. Wunderbar. Ja, jetzt wo ich vom Geschiss runtergehe, dann kommst du, ne? Mongo. Was für ein Mongo. Das Geschiss geht einfach mega ab. Echo 419 an Cortana. Fauxhammer ist in Position und bereit, weitere Leute rauszuholen. Verstanden, Fauxhammer. Wir freuen uns schon auf Sie. Kommen Sie, sobald Sie bereit sind. Yay, Fauxhammer. Wir werden die letzte Kapsel suchen, Echo 419. Viel Glück. Da wir oben Kumpels gesehen haben. Suchen wir uns wieder ein paar Freunde. Oh, das kann sein. Oh, das wäre nice, wenn hier oben irgendeiner einen Sniper hat, ne? Oh, oh, ich habe es gesehen. Da, da hat einer, da hat einer. Ja! Sniper! Perfekt. Wunderbar. So was spiele ich gern mit Freunden, weißt du? Kannst du looten, wenn sie tot sind. So, ich will jetzt wieder hier Unterstützung haben. Mach platt! Dann fahren wir weiter. Das ist doch ganz gut gelaufen. Ja, und bevor wir weitermachen, muss ich leider sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020